In diesem Video werde ich Ihnen erzählen, was es bedeutet, wenn wir von VR, also virtuelle Realität im Unterricht, sprechen, welche Gründe für den Einsatz von VR im Unterricht sprechen und welche Einsatzarten von VR wir hinsichtlich der Schülerinnenaktivität unterscheiden. Virtuelle Realität, oder kurz VR genannt, bezeichnet digital erzeugte dreidimensionale Umgebungen, welche die Benutzerin oder der Benutzer interaktiv bedienen kann. Aus technischer Sicht ist hierfür ein VR-Headset notwendig, auch wenn sich viele VR-Inhalte natürlich auch auf einem PC oder Tablet betrachten lassen. Zusätzlich zum VR-Headset werden dann in den meisten Fällen noch ein oder zwei Controller benötigt, mit denen die Benutzerin die virtuelle Umgebung steuern kann. Zu den Unterschieden und Varianten von VR-Headsets erfahren Sie aber beim Punkt Hardware noch mehr. Unter VR verstehen wir für den schulischen Kontext alle Inhalte, die sich über ein VR-Headset erfahren lassen. Streng genommen zählen virtuelle Touren, die mit 360-Grad-Kameras erstellt wurden, eigentlich nicht zu VR, da man sich in diesen Touren in der Regel nicht frei bewegen kann und lediglich durch Kopfdrehen und das Anklicken von Hotspots interagieren kann. Der Einfachheit halber unterscheiden wir aber nicht mehr zwischen echter virtueller Realität und 360-Grad-Touren, sondern fassen alles unter dem Begriff VR zusammen. Was sich mit Blick auf die bisherige Forschung und die Praxis zu VR in der Bildung sagen lässt, ist, dass VR insbesondere dann sinnvoll ist, wenn eine vollständige Fokussierung ohne externen Ablenkungen notwendig ist, der User taucht in die virtuelle Welt ein und konzentriert sich voll auf die dort stattfindenden Szenarien. Wenn ein immersives Gefühl erzeugt werden soll, der User wird zum Augenzeugen des Gezeigten und kann mit diesem interagieren. Oder wenn eine individuelle Steuerung gewünscht ist, da der User sein Sichtfeld bzw. seine Umgebung selbst kontrolliert. Diese Möglichkeit ist von zentraler Bedeutung für eine schüleraktivierende Didaktik mit Hilfe von Medien und die individuelle Förderung. Mit Blick auf die Anwendungsbereiche lässt sich feststellen, dass VR insbesondere dann sinnvoll ist, wenn der jeweilige Lerninhalt unzugänglich ist, z.B. der molekulare Mikrokosmos, das Weltall oder das Innere einer Industrieanlage, wenn er nur schwer begehbar ist, wie z.B. eine Unterwasserhöhle oder ein Bergwerk, wenn er nur schwer erreichbar ist, wie z.B. ein entferntes Reiseziel auf einem anderen Kontinent oder ein Offshore-Windpark oder wenn er mit einem erhöhten, nicht zumutbaren Sicherheitsrisiko verbunden ist, z.B. Experimente mit brennbaren oder radioaktiven Materialien oder Anwendungen in der Medizin und der Pflege oder allgemein mit schulischen Mitteln nur selten zu realisieren ist, wie z.B. ein Besuch im ZERN oder ein Besuch des Weißen Hauses. Mit Blick auf die Kompetenzförderung lässt sich sagen, dass VR insbesondere dann sinnvoll ist, wenn die zu fördernden Kompetenzen nicht mit den an einer Schule üblicherweise vorhandenen Möglichkeiten trainiert werden können, mit VR selbstverantwortlich trainiert und internalisiert werden und reale Risiken beim Training minimiert werden können oder nur und oder besser mit Hilfe einer Simulation geschult werden können. Wenn wir VR-Inhalte im Unterricht einsetzen, können wir den Einsatz dieser Technik mit der notwendigen Schülerinnenaktivität in drei Aktivierungsgrade einordnen. Hierfür nehmen wir das sogenannte RIP-Modell zur Hand. Das R steht für Rezipieren. Damit ist gemeint, dass die Schülerinnen durch die VR-Technik Inhalte betrachten, ohne dass sie mit diesen interagieren können. Ein Beispiel hierfür wäre die Betrachtung von 360-Grad-Bildern mit dem VR-Headset oder das Betrachten eines 360-Grad-Videos. Das I steht für Interagieren. Das bedeutet, dass die Schülerinnen bestehende Inhalte nutzen, aber innerhalb dieser VR-Inhalte eigene Aktionen durchführen können. Ein Beispiel hierfür wäre die Begehung einer vorgefertigten 360-Grad-Tour, bei der sich die Schülerinnen eigenständig durch die unterschiedlichen Szenen bewegen können und weitere Inhalte wie zum Beispiel Audiodeskriptionen auf Wunsch abspielen können. Das P steht für Produzieren und stellt die höchste Stufe der Schülerinnenaktivität dar, die aber gleichzeitig auch meist die höchsten Anforderungen an die Lehrkraft stellt. Produzieren bedeutet hierbei, dass die Schülerinnen eigene VR-Inhalte produzieren, die dann von anderen genutzt werden können. Beispiel hierfür sind die Erstellung einer interaktiven 360-Grad-Tour oder aber auch die Erstellung einer virtuellen Umgebung, in der bestimmte Aktionen programmiert wurden, die durch die Betrachte ausgeführt werden können.